Für sein eigenes Heimatland an einer Welt- oder Europameisterschaft teilzunehmen, ist er wahrscheinlich mitgrößte Traum eines jeden Fußballers, aber auch Sportlers. Und mit meiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft bin ich genau diesem Traum eigentlich einen Schritt näher gekommen. Die Betonung liegt aber auf eigentlich, denn was dann passierte, naja, seht einfach selbst. Und nun zur deutschen Nationalmannschaft, welche in den kommenden beiden Freundschaftsspielen gehen die USA und auch Island auf eine Personalie bis auf weiteres verzichten muss und dabei handelt es sich um den 20-jährigen Stürmer vom SV Werder Bremen, Dennis DGTV. Nach einem harten Zweikampf im Training mit Bayerns Joshua Kimmich blieb der 20-jährige Shootingstar der Werderaner verletzt am Boden liegen und musste das Training vorzeitig abbrechen. Im Zweikampf selber erhielt DGTV einen Schlag auf den Fuß, welcher sich letztendlich als Prellung herausstellte und eine Ausfallzeit von mindestens zwei Wochen bedeutet. Und das alles zum Ärger von Julian Nagelsmann, welcher bereits in einer Pressekonferenz anhelkündigt hatte, im zweiten Testspiel gegen Island DGTV als alleinige Sturmspitze testen zu wollen. Dieser Test wird nun nicht möglich sein und anstelle von DGTV wurde Niklas Füllkrug vom BVB nachnominiert. An der Stelle wünscht das ganze Sky Sport News Team eine gute Genesung an Dennis DGTV und auf ein baldiges Wiedersehen in der deutschen Nationalmannschaft. Was soll ich sagen, Leute? Also bis auf, dass wir back am Start sind bei der mittlerweile 19-Folge meiner FC24-Spielerkarriere. Wie ein Top-Kommentar unter dem letzten Video auch richtig erkannt hat, war es also der gute Jule Nagelsmann mit der deutschen Nationalmannschaft, der dazwischen gegrätscht hat. Und trotzdem kommen wir also nicht auf unsere ersten Länderspiele und das nur wegen dieser blöden Trainingsverletzung, wo wir also zwei Wochen ausgefallen sind. Aber egal, Leute. Chancen wird es immer wieder geben. Hier und heute über 20 Minuten Folge, wie ihr es euch gewünscht habt, mit dem gesamten Rest der Hinrunde. Von mir aus soll der liebe Gott da dazwischen grätschen, aber das Video wird heute über 20 Minuten lang. Deine jüngsten Leistungen haben mich ziemlich enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich dich im Moment wirklich in der Mannschaft sehe, von der Startelf ganz zu schweigen. Bitte was? Wie bitte? Keine Leistungen? Schauen wir hier irgendwie andere Werder-Spiele oder was? Bevor wir jetzt ins erste Spiel reingehen, wie immer, Kuss auf die Nuss an alle Supporter. Letzte Folge über 3.800 Likes. Letzte Folge haben, glaube ich, auch einige verpasst, deswegen checkt die gerne nochmal aus. Genauso wie die Playlist von der Karriere, die ich erstellt habe, finde ich ja auch in der Beschreibung. Wäre der Hammer, wenn wir die 3.000 Dorn heute auch wieder packen. Ansonsten Abo-Glocke nicht vergessen, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus oder zu allem, was in der Spielerkarriere passiert, während wir jetzt hier ins erste Spiel reingehen, zumindest simuliert. Weil es halt auch nur, in Anführungszeichen, gegen Hoffenheim ist. Es wird ein 2 zu 2 und der GTV hat immerhin das erste Tor erzielt. Und ich wollte es gerade schon sagen, ob das jetzt aber für die Wertung reicht, ist die andere Frage. Wir sollten halt eine 8,5 erreichen und da stehen wir jetzt nur bei einer 7,4. Aber egal, Leute, sei es drum, anders als es der Trainer darstellt, sind wir eigentlich noch ziemlich sicher in der Startelf. Wie immer fleißig am Lesen in der Karriere, Leute. Ich bin einfach ein kleiner Bücherwurm. Was soll ich sagen? Ein Kommentar unter der letzten Folge hatte auch ein paar Likes bezüglich eines neuen Torjubels und der wollte den Dybala-Jubel, also ich glaube Maske oder Swag sehen. Und da nehme ich jetzt einfach mal Swag. Womit es jetzt aber auch richtig interessant wird, Leute, Conference League, das nächste Spiel steht an, der erste gegen den zweiten, wir gegen Basel. Das Problem ist jetzt halt, Leute, es stehen in der heutigen Folge noch so viele wichtige, geile Spiele an, dass ich gar nicht drum rum komme, hier nochmal die Highlights zu zocken. Ich denke mal, das Ganze ist jetzt aber auch nicht so schlimm, denn wir spielen ja auch noch ein Rückspiel gegen Basel. Und jetzt haben wir einen Alleingang. In der 32. Minute steht noch 0 zu 0 und das sieht mir aber auch wirklich nach einem Alleingang aus. Da sind wir am Verteidiger vorbei, laufen auf den Keeper zu, der Verteidiger macht aber Welle, ich muss abschießen mit links ins lange Eck. Und da ist der erste Treffer in der heutigen Folge, 32. Minute in der Conference League hier. Und es steht immer noch 1 zu 0, also wir scheinen auch hier in den Highlights das Spiel irgendwie gewinnen zu können. Okay, Gelinger zur Flanke, die habe ich doch hier. Jawohl, let's go. Ach, Ball verloren. Und damit endet das Spiel, nicht wirklich viele Highlights. Ey, was, Digga, wir haben noch 2 zu 1 verloren? Bitte was, das war gerade die 89. Minute oder so. Ey, die Highlights sind doch komplett broke, Junge, das kann mir doch keiner erzählen. Man verliert jedes Mal ein Spiel in den Highlights. Warum gibt es das Feature überhaupt, wenn es immer nur so funktioniert? Ja, alle Ziele erfüllt, das bringt mir aber auch herzlich wenig, wenn wir in 5 Minuten irgendwie 2 Dinger kassiert haben. Ja, perfekt, Alter. Tor an der 89. Tor an der 90. Da hat das Skript auf jeden Fall mal wieder richtig Gas gegeben, richtig ins Schwitzen gekommen, damit sowas hier entsteht. Wirklich ohne Worte für die Spielerkarriere. Schön, plus 15 in der Trainerwertung bringt uns aber auch herzlich wenig, wenn wir halt einen absolut schlechten Schritt in der Conference League gemacht haben. Ich werde echt nicht schlau aus den Highlights, Leute. Manchmal laufen die richtig gut und das war gerade eigentlich auch so ein Spiel, was nicht schlecht lief und dann kommt plötzlich alles anders. Lassen wir uns davon aber nicht beirren, Leute. Im nächsten Spiel spielen wir keine Highlights, sondern die kompletten 90 FIFA-Minuten gegen Leverkusen. Und da werden wir dann hoffentlich nicht 2 Dinger in 2 Minuten kassieren. Ziele sind die folgt aus, sind eigentlich in Ordnung für auch einen starken Gegner wie Leverkusen. Sieben halber Wertung, ein Schuss aufs Tor und ein Tor oder Vorlage. Wir gehen auf die Schüsse aufs Tor. Und damit jetzt also rein ins Spiel, Leute. Auf Ultimativ das Ganze, man konnte es ja gerade eben schon davor sehen, aber auch das Spiel gerade eben gegen Basel war schon auf Ultimativ. Aber gut, bei den Highlights kann man das Ganze ja nicht so richtig sehen, die Schwierigkeit. Bin ich mal aber jetzt gespannt, wie das wird gegen den Computer auf Ultimativ. Gerade gegen die richtig guten Mannschaften, die jetzt auch bald anstehen. Also nicht, dass Leverkusen jetzt keine Top-Mannschaft ist, die sind eine davon. Ich warte hier aber auch immer noch auf das erste richtig gute Heimspiel, wo wir mal schön 2-3 Mal die Torhymne genießen können. Wer zu glauben, dass genau jetzt dieser Moment ist, aber wir geben einfach mal unser Bestes. Ich traue mich das ja gar nicht auszusprechen, aber wir sind bisher echt nicht so schlecht. Let's go! Ballrolle! Ey, ich laufe jetzt aus, Junge, wie so ein Opfer. Den hole ich mir, den schnapp ich mir, Tiger. Come on, nein. Oh, fast rote Karte bekommen. Den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir. Jetzt aber, komm, schick mich. Let's go, am Verteidiger vorbei. Den mache ich, den mache ich, oh mein Gott, den mache ich. Ey, wohin des Weges, Junge, Abschluss mit Links. Ja, der Trainer regt sich auch auf, er denkt sich, oh du dummer, heimdach. Ah, wieder Abschluss mit Links. Oh, der ist diesmal richtig gut, der ist nur 10 von 10, Junge. Oh mein Gott, 60. Minute. Wie baller ich das Ding denn mit Links da auf einmal rein? Von wegen keine Abschlüsse mit Links. Der Nächste mit Links und so ein Ding auf einmal. Was passiert hier? Wow, also was ein Tor. Kiefer sieht aber auch nicht gut aus, weil das ist eigentlich das Torwart-Eck, wo er schon steht. Aber was soll man sagen, Leute? Ein absoluter Kracher von uns und dann auch noch mit Links. Let's go, man. Und wir bringen uns in Führung. Das wären echt drei wichtige Punkte und vor allem auch erstes Spiel hier, wo ich komplett selber spiele auf Ultimativ. Es sieht nicht verkehrt aus. Ich bring Werder wieder in die Champions League, das ist klar. Wo sie übrigens, wie einige von euch auch kommentiert haben, zuletzt 2010-11 gespielt haben. Unter anderem auch mit Twente in der Gruppe. Nein, Männer, bitte nicht. Kein Kassieren. Ja, Keeper, Digga. Let's go. So langsam erhobert er mein Herz. Auch wenn er nur 74 hat, der hält wahrscheinlich besser als Pavlenka vom Gefühl. Ja, let's go. Leverkusen rückt jetzt natürlich auch weit nach vorne. Die wollen noch einen Punkt. Könnte unsere Chance sein. Wir schicken Keita. Komm wieder zurück auf mich, Bro. Irgendwie. Let's go. Der Ballabschluss. Oh nein, der Kiefer aus nächster Nähe. Hauptsache den Longshot ins Torwart-Eck, den hat er nicht, aber den Ball aus nächster Nähe. Und ja, man. Let's go, Leute. Wir haben es geschafft. Werder Bremen gewinnt gegen Bayern 04 Leverkusen. Heim. Es ist zwar nicht dieses euphorische 3-4-Tore-Spiel, was ich wollte, aber das ist ein richtig geiler Sieg vor heimischer Kulisse. Unfassbar wichtig. 1 zu 0. Leverkusen also geschlagen. Aber, Leute. Das nächste Spiel, es wird nicht angenehmer. Es wird eher unangenehmer. Denn der DFB-Pokal steht an. Erstmal kurz noch zu den Zielen. Haben wir alle drei erfüllt. Aber wie gesagt, Leute. Wir sind ja sowieso Trainersliebling. DFB-Pokal 8. Finale. Und Werder Bremen. Wir sind zu Gast bei den Bayern. FC Bayern München. Also gegen den SV Werder Bremen. Harry Kane und Co. Gegen Dennis DGTV. Die drei Ziele. 7,5er Wertung. Vorlage nur. Also kein Tor und Vorlage. Sondern nur eine Vorlage. Und ja, drei Schüsse aufs Tor. Da gehe ich einfach mal. Ja, keine Ahnung. Auf die Spielwertung. Weil es wird auf alle Fälle eine 8,5er Wertung hier von uns brauchen. Damit wir es irgendwie ins Viertelfinale schaffen. Und ich hätte so Bock, den Pokal mit Bremen zu gewinnen. Aber es wird uns halt auch maximal schwer gemacht. Wobei man sagen muss, wenn wir die Bayern jetzt raushauen, dann können wir jeden raushauen. Also, come on, Leute. Werder ist eine geile Pokalmannschaft. Und das können wir rocken. Oh, der Ball ist richtig gut. In die Mitte jetzt noch, Junge. Oh, schießt der aufs Tor? Oder was macht der da? Vorne, 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 vorne. Kollege, hier. Vorne, rechts, vorne, rechts. Schnell, 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 schnell. Und das könnte jetzt sowas von Konter geben. Oh, ich sehe nur Bayern in der Mitte. Nur Bayern. Egal, ich laufe weiter in die Mitte. Komm nicht ins Aus. Der Ball muss irgendwie kommen von uns. Na, es gibt aber noch eine Ecke. Immerhin. 5,4er Bewertung. Ey, ob ich jetzt auf dem Platz gerade stehe oder nicht, macht keinen Unterschied. Druck, Druck, Druck. Warum ist der da so frei? Oh mein Gott, schon wieder der Keeper. Nochmal in die Mitte. Cater, eine weiter, eine weiter, eine weiter. Du Ego-Schwein, Junge. Ich war doch frei. Ja, ich weiß. Sagt das Ego-Schwein Nummer 1. Aber, Digga, wir spielen in Bayern. Da muss man jede Chance nutzen. Druck, 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 Männer. Warum ist der da so frei? Warum ist der da so frei? Ach man, Leute. Das ist doch nicht unser Ernst. Wir spielen wirklich schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Also klar, es sind die Bayern. Aber wir machen auch kein gutes Spiel. Es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal eine Szene genau so passiert und der Ball dann halt auch mal reingeht. Nach so vielen Chancen kann der Ball jetzt aber halt auch nur mal reingehen. Ja, wie der da durchläuft. Leute, wollen wir auch mal irgendwie draufgehen? Nee, machen wir nicht. 2-0 Bayern. Let's go. Und ich brauche mich gar nicht auswechseln lassen, weil der Trainer macht das schon selber. Ich hätte es jetzt aber auch freiwillig angeboten, weil, ja, das Spiel ist vorbei. Wobei, so wie ich die Simulation jetzt kenne, spielen wir bestimmt 2-2 und sind dann im Elfmeterschießen weitergekommen. Nicht ganz. Wir haben 3-1 verloren. Musial hat noch ein drittes Tor gemacht und Keita mit dem Anschluss wenigstens. Ja, was soll man sagen? Die Bayern halt in der zweiten Runde schon als Gegner gehabt und da kannst du halt auch nur mal ausscheiden. Minus 25 in der Trainerwertung, weil es halt mit Abstand die schwächste Performance bisher in der Spielerkarriere war. Aber gut, da sieht man halt den Unterschied zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen. Bitter für uns, aber sei es drum. Ich check auch nicht, warum da gerade vor dem Spiel noch 18-Finale stand und hier im Menü ist es immer Runde 3. Aber sei es drum. Nach zwei gespielten Spielen in Folge gibt es jetzt nicht die Highlights, in die ich eigentlich reingehen wollte, weil ich habe darauf gerade ehrlich gesagt gar keinen Bock, dass wir irgendwie 1-0 führen und dann am Ende 6-1 verlieren. Deswegen gehen wir also in die Simulationen gegen Leipzig, also auswärts das Ganze und vielleicht wird es ja ein gutes Ergebnis. 1-1 und den Treffer haben wir erzielt. Ja, das sah gerade gar nicht verpackt aus oder so. Ne, ne, das war schon gut so. Wir haben auch neue Empfehlungen vom Agenten, mal abseits davon, dass wir jetzt auch schon alle Ziele bei Werder Bremen erfüllt haben, also wirklich eindeutig. Dasselbe gilt aber auch schon für mein Wunschteam aus der vergangenen Saison mit Inter Mailand. Und wir haben auch neue Empfehlungen bekommen. Wir hatten ja unter anderem hier Juve, den BVB, da fehlen dann noch Dreierpacks und Direktabnahmetore. Bei Newcastle sind es ja Tore, die wir noch erzielen müssen und Flair-Tore. Das heißt also, ich glaube, mit irgendeinem speziellen Trick oder so ein Tor machen. Und bei City fehlt auch nicht wirklich viel, bis auf halt die Kopfballtore. Also wir machen keine Kopfballtore großartig mit 1,80. Und bei Liverpool sind es Tore außerhalb des Strafraums, genauso wie die Dreierpacks. Aber auch hier wieder Dreierpacks, nicht gerade einfach. Fünf an der Zahl vor allem auch noch und dann Tore außerhalb des Strafraums. Kann sein, dass wir nicht auf zehn kommen. Ansonsten gucke ich jetzt aber mal in weitere Teams rein, wo wir alle Ziele schon erfüllt hätten. Bei Bayern sind es die Efe-Schuss-Tore noch, die fehlen. Für Leverkusen bräuchten wir noch ein paar Scorer-Punkte. Bei Marze-Mailand sind es Wolli-Tore. Auf Heilrückzieher und ebenfalls Dreierpacks gelegt wird. Wo wir ebenfalls noch 0 haben. Dann noch der letzte Blick auf Real Madrid. Und da sieht es so aus, dass wir Kopfballtore und noch unfassbar viele Scorer brauchen. Ansonsten noch irgendein Team, was ich nicht angeguckt hatte. Vielleicht Paris, weil ich jetzt aber eigentlich ungern in die französische Liga wechseln wollen würde. Paris, da fehlen aber Efe-Schuss-Tore und Scorer-Punkte. An der Stelle könnt ihr ja mal gerne mit dem Hashtag Wunsch-Team und vielleicht auch einer kleinen Begründung, warum wir da hinwechseln sollten, euer nächstes Wunsch-Team für denisdg.tv in die Kommentare schreiben. Like gerne auch Sachen hoch, damit ich sehen kann, welches Team ihr am ehesten als nächstes sehen wollt. Was wir jetzt aber alle bestimmt sehen wollen, ist das nächste Spiel in der UEFA Conference League. Es geht dran, Rückrunde gegen den FC Basel. Also drei Spiele jetzt noch, um sich zu qualifizieren. Und wir wollen natürlich auch Rache nehmen. In Basel hatten wir 1-0 geführt und das Ding in den letzten Minuten verloren. Das lag natürlich auch eher an den Highlights als an unserer Leistung. Aber dennoch, Leute, wir haben das Hinspiel in dem Sinne verloren und wollen das Rückspiel hier heimgewinnen. Jawohl, schöner langer Ball nach vorne. Da die Ballrolle am Parteidinger vorbei mit unserem Tempo. Let's go. Das sieht nicht verkehrt aus. Wobei, jetzt wird es eng, aber wir laufen an alles und jedem vorbei. Jetzt noch gegen den Keeper. Das 1-1, das 1-gegen-1-Duell. Och Mann. Also wirklich keine Ahnung, wie wir das Hinspiel verloren haben. Wir sind so viel besser. Und jetzt auf Ansage kassenen wir bestimmt gleich einen. Nein, der Ball kommt irgendwie zum Stimmer und halt wirklich auf Ansage. Basel führt 1-0 in Bremen, nachdem wir 20 Minuten lang nur Druck gemacht haben. Doch hör mir doch auf. Was ist das auch für eine Situation? Wie kommen wir da überhaupt nicht an den Ball? Und ach, Leute. Wenn das so weitergeht, dann werden wir halt echt noch nicht mal zweiter in der Gruppe und kommen wenigstens in die K.O.-Phase. Oh Mann, Digga. Das muss jetzt hier irgendwie die Chance sein, um ja nicht den Ausgleich zu erzielen. Natürlich nicht. Ja, schöner Ball von uns weitergeleitet auf Kufnacki in dem Fall. Und der macht den Ausgleich. Let's go. 58. Minute. Weiter, 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 Leute. Weiter. Das Ding ist noch nicht vorbei. Wir gewinnen das hier noch. Wir holen die drei Punkte. Come on. Starker Ball von Digga. Von Kufnacki, der also eingewechselt wurde für Oliver Burke mit dem Anschluss. Ganz, ganz starker Abschluss. Da kann der Keeper gar nichts machen. Und wie gesagt, weiser kommt jetzt auch noch rein. Jetzt kommen die guten Leute rein. Jetzt gewinnen wir das Ding auch. Das habe ich ihm gespürt. Come on. Und jetzt vielleicht ein Konter mit unserem Tempo fahren. Ja, da setze ich mich durch. Oh mein Gott. Let's go. Ich sehe dich doch, Kufnacki. Ich sehe dich doch. Nein. Das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Let's go, Alter. Die Szene ist noch nicht vorbei. Und ich weiß nicht, wer das vor erzielt. Aber wir drehen das Spiel in der zweiten Halbzeit. Let's go. So wichtig. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich hätte den Ball absolut vertändelt da. Weil ich ihn nicht selber mache, sondern versuche rüber zu spielen. Aber dann Cater. Und es ist Trüfer. Neuzugang, glaube ich, von Startrennen, den wir verpflichtet haben. Linksverteidiger eigentlich. In dem Fall mehr oder weniger linker Flügel. Eher wie er das Ding da rein macht. Ganz, ganz stark. Da ist der 31er wieder unterwegs. Da ist der 31er. Der DGTV in den Rückraum. Und ey, was? Wie machst du den denn nicht rein, du blöder? Oh, jetzt mache ich selber noch einen. Jetzt mache ich selber noch einen. Jetzt mache ich selber noch ein. Tor aushalb des Strafraums. Let's go. 88. Minute. Was. Ein Strahl. Also nicht Strahl. Strahl war es jetzt ja nicht. Aber wieder ein wunderbares Tor. Außerhalb des Strafraums. Ein E-Fehlschuss, wie man es auch immer sagen möchte. Ein wunderschönes Tor. Und ja, damit haben wir auch unser Tor hier und heute gemacht. Sehr schön. Ja, und jetzt gibt es hier die ultimative Rache, würde ich einfach mal sagen. Oder einfach nochmal ein zweites machen. Einfach nochmal ein zweites machen, bevor es zu Ende ist. 4 zu 1. Es gibt die ultimative Rache erstmal gegen den FC Basel. Wir gewinnen mit 4 zu 1 vor heimischer Kulisse und haben damit auch unser Spiel vor den Fans viermal jetzt also die Torhämne gehört. Absolut genial, Leute. Und ein wichtiger Schritt im Kampf in der Conference League-Gruppe um die K.O.-Phase. Und damit ist das Spiel abgefiffen, Leute. So wichtig einfach. So wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Nachdem wir also so ein bisschen betrogen wurden vom Karrieremodus in Basel, also in der Schweiz. Jetzt also vor heimischer Kulisse im Weserstadion in Bremen. Also ein 4 zu 1 Sieg und wie gesagt, Leute, ein wichtiger Schritt Richtung K.O.-Phase. Langsam aber sicher habe ich schon gefühlt keinen Platz mehr in meiner Vitrine für diese ganzen Spieler des Spielspreise. Aha, Freunde der Sonne. Es kommt also sogar in der heutigen Folge noch zu unserem Debüt für die Nationalmannschaft. Nachdem es also am Anfang nicht geklappt hatte, klappt es also jetzt beim zweiten Anlauf. Dennis, die GTV ist nominiert. Zusammen mit Mitchell Weiser sogar für die deutsche Nationalmannschaft. Da fangen wir jetzt noch an mit dem letzten Spiel, bevor es zur Nationalmannschaft geht. Wir spielen Heime gegen die Hertha, das Ganze. Wir gehen rein in die Simulation und hoffen vielleicht auf einen Sieg. Drei Punkte. Ne, es wird leider ein Unentschieden. Leider auch ohne die GTV-Treffer. Womit wir aktuell auf Platz 10 in der Tabelle stehen. Es geht nach oben noch einiges, wenn ich mir so angucke. Platz 6 ist nur einen einzigen Punkt von uns entfernt. 5 dann 3. Ab 4 wird es dann wiederum schon echt ziemlich schwierig. Ist auf jeden Fall noch alles drin, Leute. Und jetzt ist es an der Zeit. Endlich. Also noch in der heutigen Folge doch das Debüt von Dennis, die GTV in der Nationalmannschaft. Und das alles auch noch gegen einen so legendären Gegner wie die Niederlande. Habe ich schon unfassbar Bock drauf. Und da sind wir also auch bei der Nationalmannschaft mit der Nummer 31 unterwegs. Werden wir also ein erstes Mal endlich eingewechselt. Unser erstes Nationalspiel also für Lukas & Metscher. Und die Ziele 6,5er Wertung, ein Schuss aufs Tor und eine 10% Dribblingquote. Das ist ja schon echt ein ziemlich hartes Ziel. Geilen Ball weitergespielt auf Musiala. Noch eine weiter. Ja, dann machen wir die erste Vorlage direkt für die Nationalmannschaft. Ja, let's go, Digga. So muss das sein. 63. Minute. Leon Goretzka, DGTV, direkt mit dem ersten Scorer. Und zwar nämlich mit einer Vorlage. Das war ein echt nicer Angriff. Könnte ich nicht einfach jeden Tag mit Leon Goretzka und Jamal Musiala und Kimmich und sonstigen Kandidaten spielen. Ich hätte echt nichts dagegen. Ihr seht schon, ich fühle mich da perfekt ein. Wie einer von eine Million Fischen schwimme ich einfach im Becken mit den Weltklasse-Spielern hier. Also ich bin auch eigentlich Weltklasse. Muss mir einfach gar keine Sorgen machen, wenn ich die spielen sehe. So, die machen Pass hier, Pass da, Dribbling, bisschen stabiler Lauf. So, das ist bei Bremen gefühlt nie der Fall. Vielleicht auf den 31er. Mitte, Bro. Den mache ich. Oh mein Gott. Damit endet es also. Und spektakulär eine Vorlage gemacht. Ein ordentliches Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Auch wenn wir jetzt nicht irgendwie 20 Mal den Ball hatten. Wenn wir den Ball hatten, haben wir eigentlich immer was relativ ordentliches damit angefangen. So wie zum Beispiel die Vorlage. Was dann also auch für unsere Wertung in der Nationalmannschaft bedeutet, dass wir das nächste Spiel in der Startelf stehen werden. Digga, wollen die mich verarschen? Jetzt ist es einfach nicht mehr bei der Startelf. Wie ihr habt es doch gerade gesehen, wir waren direkt bei der Startelf knapp drüber. Jetzt bin ich einfach gefühlt einen Kilometer wieder weg und auf der Auswechselbank. Ach ja, und da müssen wir noch kurz was ändern. So, jetzt sieht es schon besser aus und aktueller. Damit wird es also eine weitere Einwechslung. 55. Minute, TGTV für einen Matcher. Jetzt hatte ich mich halt echt darauf gefreut, dass wir ein Spiel wenigstens von Anfang an spielen dürfen. Und jetzt dürfen wir es halt nicht. Ja, Jule, was ist da los? Ich dachte, du hast uns versprochen, dass wir hier von Anfang an spielen dürfen. Zweites Spiel. Ja, aber nee, hat er wohl vergessen, das Versprechen. Pass in der gegnerischen Hälfte. Dribblingquote 10%. 6,5er Wertung. Wir gehen auf die Pässe. Oh, oh, jetzt bloß kein Gegentor. Och, Leute. Wahrscheinlich kassieren wir jetzt gegen Nordirland, aber gerade gegen die Niederlande lief es eigentlich richtig gut. Unsere Chance. Unsere Chance. Unsere Chance, Digga. Die liegen mir, aber auch gerade die Schüsse. Die Schüsse außerhalb des Strafraums mit ein bisschen Effet, mit ein bisschen Gefühl. Und da ist der GTV mit seinem ersten Tor für die deutsche Nationalmannschaft. Let's go. Was machst du denn da, Junge? Du läufst einfach hoch und runter wie so. Ey, ist er jetzt wieder runter. Und jetzt dreht er sich gleich wieder um und wieder hoch. Junge, das macht er halt wirklich gerade die ganze Zeit. Digga, ist das dein Ernst? Ja, und jetzt spielt er den Ball. Och, Mann, Alter. Dieser Computer. Hier irgendwie eine gute Spielwertung zu kriegen ist aber auch ziemlich schwer, oder? Wahrscheinlich haben wir gerade wieder einen kassiert. What? Digga, ich dachte, der ist an den Store vorbeigegangen. Ey, die Kamera ist aber auch da, muss ich sagen, wirklich manchmal ein bisschen sehr blöd. Komm, noch eins. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Hahaha. Let's go. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Tor-Rassepte Strafraums en masse, oder was? 81. Minute. Plötzlich gibt es nichts Einfacheres für mich. Das war aber auch wirklich exakt so gewollt. Noch ein bisschen mehr Distanz zum Tor. 24 Meter. Und der Gepa kann gar nichts machen, außer zugucken. Damit ist auch das zweite Spiel für die deutsche Nationalmannschaft von Dennis DGTV abgepfiffen. Und diesmal war es eine richtig gute Leistung. Wir haben unsere ersten Treffer erzielt im deutschen Dress. Auch wenn es natürlich nur ein Testspiel war. Aber es waren Tore. Und es war ein sehr guter Start für Dennis DGTV im DFB-Team. Hier noch ein bisschen mit meinem Bro Gnabry am Reden. Hier 13 und 31. Wir beide sind verbunden. Und was soll ich sagen, Leute? So kann es gerne weitergehen für die deutsche Nationalmannschaft. Aber jetzt auch gleich bei Werder Bremen. Ja, und der Trainer, wie immer, mit deinen jüngsten Leistungen. Bruder, halt deine Fresse. Denn in der Startelf stehen wir so oder so im nächsten Spiel, weil wir da komplett gesetzt sind. Also ich weiß gar nicht, was der Trainer von uns möchte. Könnt ihr auch mal gerne kommentieren, wenn das irgendwie ein Bug ist, der bei euch auch schon aufgetreten ist. Ziele sehen wie folgt aus. 7,0 Erwertung. Mindestens ein Tor und mindestens ein Pass. Denn ich spiele nur die Highlights. Hier im Signal Iduna Park. Noch eine weiter. Ja, was machst du da? Oh mein Gott, der Ball für Keita. Abgeblockt. Rückraum. Da sehe ich mich. Oh mein Gott. Kobel hat den irgendwie. An der Stelle auch gerne mal kommentieren, wenn ihr wisst oder eine Ahnung habt, wie ich besser Freistürze schießen kann. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich bin absolut kein Freistürzschütze. War ich noch nie in FIFA. War für mich eigentlich immer maximal uninteressant. Ich versuche es mal. Vielleicht geht der immerhin über die Mauer. Ne, leider nicht. Und im Endeffekt geht also auch ein 4,0 für den BVB, für Schwarz-Gelb. Klar, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen durch die Highlights beeinflusst wird, das Endergebnis. Aber im Endeffekt hätten wir hier vielleicht, auch wenn wir selber komplett das Spiel gespielt hätten, 3,0, 3,1 oder sonst wie verloren. Immerhin nur minus 5 beim Trainer. Und das, obwohl wir das optimierte Ziel, was zwei Pässe waren, halt nicht gepackt haben. Und mit diesem Spiel sieht unsere Tabellensituation in der Bundesliga nicht wirklich viel besser aus. Voller Fokus jetzt aber auf die Conference League. Das erste Spiel von einigen, welche wir noch simulieren werden. Jetzt also auswärts beim FC Twente. Wir gehen also rein und hoffen darauf, dass wir drei Punkte hier aus den Niederlanden mitnehmen können. Machen wir auch 1,0 durch Keita. Und ich denke mal, auch so ist es ganz realistisch, was einmal die Trainerwertung angeht, aber auf der anderen Seite auch unsere Scorer, weil wir so halt öfters mal kein Tor oder Vorlage erzielen. Weil selbst auf Ultimativ, ihr seht es ja, mache ich eigentlich jedes Spiel, welches wir komplett selber spielen, ein Tor oder eine Vorlage. Knipsen tut der gute DGTV dann aber auch beim nächsten Heimspiel. Und das ist unfassbar wichtig, der 1-0-Siegtreffer. Und das, obwohl wir sogar für fast 40 Minuten nur zu 10 waren. Und auch wenn das Minus 15 beim Trainer gibt, ist mir relativ egal, das haben wir mit einer Trainingseinheit wieder drin. Und wir haben drei Punkte geholt, wir haben halt keine 9,0-Bewertungen erreicht. Oh nein, wie schlimm. Womit wir jetzt also auch zum nächsten Spiel in der Bundesliga kommen. In der Mewa Arena treffen wir also auf den ersten FSV Mainz 05 oder M-E-W-A-Arena, whatever, mir egal. Die Meister können es ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir gehen also rein, springen zum Ergebnis und es wird auswärts. Ein 1-0-Sieg und mal wieder Keita. Also Keita und DGTV, absolute Lebensversicherung für Werder. Und jetzt ist es also in der Zeit, Leute, unser letztes Spiel in der UEFA Conference League Gruppe. Es ist schon mal vollkommen klar, dass wir die K.O.-Phase erreichen werden. Die Frage ist jetzt halt nur, als Erster oder Zweiter. Ich würde schon gerne Erster werden, weil wir halt dann ein deutlich einfacheres Los für das 8. Finale bekommen und uns auch, glaube ich, auch für das 8. Finale überhaupt qualifiziert haben. Weil der Zweite geht, wenn mich nicht alles täuscht, in die Vorrunde und trifft da auf einen Dritten aus der Europa League. Und genau deswegen ist also auch dieses letzte Gruppenspiel gegen Aberdeen so unfassbar wichtig. Und dann gehen wir jetzt also rein. Egal, was mache ich denn aber auch gerade? Ich spiele keinen vernünftigen, sauberen Pass. Seit Deutschland-Debüt denkt er offensichtlich, er wäre was Besseres. Dieser blöde DGTV. Ach, Mann, Leute. Bisher sieht es wirklich nicht danach aus, als hätten wir hier den nötigen Biss, um irgendwie Erster in der Conference League Gruppe zu werden. Ja, und ich bin ungefähr 4,2 von 10,0 entfernt. Ach, Leute. Das ist von unserer Seite aus fast auf dem Niveau wie gegen Bayern. Nur, dass halt der Gegner Aberdeen ist. Da solltest du nicht so scheiße performen. Leute, nicht einkassieren. Nee, nee, Mann, Leute. Egal, es ist aber wirklich so Trend, dass wir vorne nichts und nichts und wieder nichts hinkriegen und dann der Gegner mit einer Chance ein Tor macht. So wie jetzt Aberdeen. Und für die geht es halt nicht mal um etwas. Wir sind die Mannschaft, für die es hier noch um irgendwas geht. Wir wollen Gruppenerster werden in der Conference League. Nicht Aberdeen. Für die ist es scheißegal, ob die hier gewinnen, unentschieden spielen, verlieren. Ja, aber das merkt man irgendwie nicht. Die wollen gewinnen, wir nicht. Ja, nee, Leute. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich lasse mich auswechseln. Und das ist wirklich das schlechteste Spiel bisher in dieser Spielerkarriere, weil nichts gelingt. Also das ist Aberdeen als Gegner. Das ist nicht der FC Bayern. Da konnte man ja wenigstens noch sagen, ey, du spielst gegen die besten Spieler der Bundesliga. Da kannst du halt mal auch verkacken. Aber nee, das ist Aberdeen. Keine Ahnung, wo die sind in Schottland. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Mannschaft besser ist als unsere. Und wir kriegen nur auf den Sack. Ja, und jetzt auch noch fast das 2-0. Bringt mich einfach hier raus. Ich hoffe, die restlichen Kollegen, Nimmer und so, die können das hier in 10 Minuten irgendwie in Jimmer oder wie der Kollege auch immer heiß besser machen. Aber heute war nicht mein Tag. Und das sind mal wieder wunderbare Statistiken. Aha, mhm, sehr interessant. Däute sich auf jeden Fall sehr viel von meiner Leistung. Finde ich gut. Simulieren wir also den Rest der Partie und ja, es bleibt beim 1-0. Was soll man sagen? War einfach ein absolutes Müllspiel. Trainerwertung ist gerade mein kleinstes Problem. Also selbst wenn wir da irgendwie mal auf die Bank rutschen, ist halb so wild, weil wir haben bisher so viel Stamm gespielt. Wichtiger ist jetzt die Gruppe, in der wir also nur Zweiter werden. Basel gewinnt das letzte Spiel. Wir verkacken und damit bringt unser 4-1-Sieg gegen den FC Basel nichts, weil wir uns das Ganze jetzt gegen Aberdeen einfach komplett zerstört haben. Wie geil. Damit gehen wir also rein in die Vorrunde, treffen da auf Lars Glinz. Das ist jetzt nicht das Schwerste los, aber ja, das hätte halt auch nicht sein müssen. Gehen wir also nochmal abschließend in die letzten beiden Simulationen in der Bundesliga rein, bevor die Folge dann also vorbei ist. Und ich gehe auch mal stark davon aus, über 20 Minuten lang ist. Hier also nochmal das Ganze gegen Union Berlin. Heim hoffentlich drei Punkte und ein DGTV-Tor. Das wäre schön. Mal wieder eine gelb-rote Karte für uns. 2-1-Sieg und ja, leider kein Tor von uns. Kein wirklich spannendes Spiel, aber sei es drum. Und wie gesagt, wir sind immer noch absolut sicher in der Startelf. Also da haben wir uns, glaube ich, das Ganze auch sehr verdient aufgebaut. 6,6 Verwertungen leider nur. Und ich glaube jetzt auch schon seit drei oder vier Spielen ohne Treffer. Das müssen wir in der nächsten Folge unbedingt wieder nachholen. Mal gucken noch kurz. Weitere Empfehlungen vom Agent. Ist, glaube ich, reingekommen. Ne, scheint nicht der Fall zu sein. Und damit, Leute, simulieren wir weiter in den Kalender und raus aus dem Dezember ins neue Jahr. In mittlerweile Januar 2025 müsste es ja in der Karriere sein. Und das soll es also an der Stelle gewesen sein, Leute. Vergesst den Hashtag Wunschteam nicht und schreibt eben in die Kommentare, zu welchem Team DGTV als nächstes wechseln soll. Beziehungsweise welches Team wir als nächstes als Wunschteam auswählen sollen. Ansonsten Daumen nach oben nicht vergessen. Für euch ein kleiner Klick. 3000 Likes wären wieder der Hammer. Abo-Glocke nicht vergessen, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus oder zu allem, was in der Spielerkarriere passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin, haut rein und ciao.